Sehr gut eingefunden. Es hat schon ein bisschen gebraucht. Im 2020 war es ein bisschen schwierig mit Corona und so weiter. Mit zuerst einmal kein Auto gehabt und Führerschein und Social Security Nummer und so alles, dass man es überhaupt haben darf. Das war so ein bisschen holprig, aber das ist nie leicht, glaube ich, sich woanders einzuleben, vor allem wenn man eben diese ganzen Sachen braucht. Aber wo ich das dann gehabt habe, ich meine, im Team habe ich mich immer gut eingefunden mit den anderen Spielern, immer wieder Freunde gefunden, auch wenn sich das immer wieder wechselt. Ich habe schon unzählige Freunde gehabt, mit denen ich am besten im Team befreundet war und die jetzt dann natürlich nicht mehr da sind. Das passiert und an das gewöhnt man sich eigentlich komischerweise dann auch mit der Zeit, dass man weiß, es kann sein, dass ich mit dem jetzt essen bin und dass am Morgen nicht mehr beim Team ist und ich nicht mehr wieder mein Leben sehe. Aber man bleibt dann schon ein bisschen in Kontakt mit den sozialen Medien. Von dem her habe ich mich gut eingefunden im Team und natürlich das Ziel ist, dass man mehr spielt, dass ich mehr zum Spielen komme und so. Aber wenn ich jetzt nur mich auf die Sachen konzentriere, die ich selber kontrollieren kann, also ich kann meine Spielzeit eigentlich selber nicht entscheiden. Demnach gebe ich einfach mein Bestes und was das betrifft, habe ich eigentlich immer sehr, sehr gut gemacht und habe mich gut eingefunden. Und so weiter.